Spannend. Pfff. Das ist auch irgendwann nur noch das gleiche. Komm her. Wollt's denn Leute? Ich bin dann mal wieder da. In meinem Zoom. Komm her. Teil 2. Komm her. Mit wem redest du da die ganze Zeit? Komm her. Mit seinem... So kann ich... Na, er redet wahrscheinlich mit seiner Katze. Komm her. Die armen Katzen. Komm her. Komm her. Ich hab... gerade das Gefühl, dass ich... dass er sich unbedingt... Bis man das Video nicht sehen kann. Er wiederholt sich. Komm her. 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 Ja. Das ist doch ne... Klingeltron. Klingeltron. Komm her. Ja, das wäre eine Idee. Kannst du gleich vermarkten müssen. Du rennst auf der Straße rum. Du rennst auf der Straße rum, ne? Und da läuft hin und da... Komm her. So, da ist die Jesse dann auch mal wieder da. Habe ich jetzt einfach kein... Achso, ne. Öffentlich spielen wir jetzt ja, ne? Ja. Ja. Das wolltet ihr doch haben. Ja, ne. Alles gut. Ich wollte es nur wissen wegen den Perks. Oder wollt ihr noch mal eine private machen oder was? Ne. Das ist mir zu hart. Komm her. Zu hart. Ach, Norman. Ich hätte gedacht, du spielst jetzt auffälliger. Nee, ich meine jetzt hier als Überlebender. Na, Crazy Palmer. Lange nicht mehr gesehen. Aber Crazy Palmer war gar nicht irgendwie die letzten Tage hier in meinem Stream, ne? Also, ich meine, es... Sieht man mich nur, wenn ich Dead by Dead spiele, oder? Nein, ich habe dich gerade von uns hier links gepostet von dir. Was machst du heimlich in meiner Abwesenheit? Warum kannst du da mal nachgucken? Weil der Tobi wissen wollte halt, warum man hier vollständig runter. Da hat ich halt gepostet, wo er dich finden kann. Ah, okay. Ah, okay. Ah, er ist selten in Streams zu finden, sagt Crazy Palmer. Mhm. Aber... Ich hatte doch, glaube ich, schon Follow da gelassen, oder? Warte mal. Warte mal. Nein, hat er nicht. Doch. Ich hatte ja Crazy Palmer dir ja empfohlen gehabt. Richtig. Nächste Palmer, ich mach dauerhaft für dich nur Dings hier. Eine Werbung nach der anderen. Du stresst mich eine nach der anderen. Warum? Du stresst mich immer. Warum? Warum nicht? Ich rede ja gerade ja... Ich rede ja nicht für dir. Sondern gerade für die paar Mal, die ich hier für die Werbung mache. Das ist nicht ja Paarschipping, ja? Ich kann ja auch für dich ein Werbung machen, wenn du willst. Nee, äh... Wie viele Zuschauer? Warte mal. Äh, nee, nee. Du stresst mich jedes Mal. Das ist mein Manager. Na klar. Der will, dass ich groß rauskomme, aber will ich das gar nicht. Alles klar. Paar Mal, sobald du bei ihr unten in die Paarschipping guckst, dich so Geld dreidings Ich wusste, dass es jetzt kommt. Ich wusste das. Ich mach das nur aus Sparen. Sie will nur Geld. Sie will nur Geld. Genau. Sie sagt immer, es macht auch Spaß. Aber guck gerne unten in meine drei Dinge, die ihr spenden könnt. Sind drei Stück. Bald kommen noch mehr da rein. Da könnt ihr bei fünf Plattformen spenden. Aber das müsst ihr nicht. Also ich mach das nur aus Sparen. Also ich hab zwar fünf Bescheidungen für das Geld spenden, aber... Hallo, ich hab mal gestern meine Streamingkasse gerechnet, ne? Und ich hab 400 Euro Minus gerade, also. Ja, weil du so viel mal Haus Haus. Ja, Licht und ach so, apropos mein Licht habe ich gar nicht an heute. Ich spende immer so viel, dass es gar nicht mal ein bisschen zu viel Geld ausgegeben gab. Naja, Elgato Stream Deck, alles kostet Geld, ne? Jesse kauf mal hier, Jesse kauf mal hier, Jesse kauf mal das, mach mal Stream. Kabel hier, Kabel das. Aber Jesse mach mal, ne? Dann muss ich auch irgendwo, muss man ja auch dafür Geld ausgeben. Hallo, Jesse. Wie weit bist du schon mit diesen... Ja, doch, ja, doch, wie es? Hahahaha. Du hast einen alten Tu hast. Hahahaha. Siehst du? Er stresst nur, das macht er einen Absatz. Oh, stressen. als der neue manager muss ich halt stressen denken sie hängt nicht aber er wird langsam der verrückt der neue killer bei dbd ich will auch nur geld hatte ja bis zum affiliate dauert es ein bisschen aber ich finde es immer witzig dass manche streamer sich immer so also das schreiben sie dann weg zum partner und so weiter dabei sind ja noch weit von entfernt oftmals also ich bin ja eigentlich auch noch kein richtiger partner das eine kriterien da kann zuerst vielleicht noch mal erzählen bevor du da rein was ich erzählen wollte ist einfach ich hatte ja schon ein zweimal die 50 zuschauer aber ich habe das ja konstant haben über mehrere zeit ja ich habe gestern mal nachgeguckt wie man bei tischpartner das wirklich eine dase muss sich endlich mal informiert wurde ja auch mal zeit ich kann mich das jetzt eine zeit lang obs habe ich gestern auch wenn man eigentlich hat alles schon es funktioniert einwandfrei es tut mich ja leckens bild glatt alles aber als die verbindung wird noch der crazy parma das läuft so dass man sollte nicht unbedingt immer auf die follow anzahl auch von irgendjemanden achten die zuschauer sind wichtig also die community die dahinter steht ja bei mir stehen zum beispiel bei dead by daylight keiner hinter mir sieht man ja an den zuschauern anzahlen nur bei fortnite nur bei fortnite genau ich will das ja nicht haben dass man mich nur gucken tut nur wegen ein spiel ich will dass das möchte gucken mit mir steht meine persönlichkeit doch du hast ja ein paar stamm zuschauer als hier ja ein paar stamm zuschauer ich habe seit mann zuschaut wenn man reinguckt ich wollte ihn abhängen wir müssen sagten wir müssen sagten dass er schon hängen tut ich war gerade seit die generatoren dafür herum ja du siehst es doch selber behängt ich achte ich habe gerade den schrift auf die generatoren aber ich war gerade da aber mich mag keiner müsste ja mal daran muss so arbeiten jeder hat zu seinem persönlichen touch im stream wir hatten nämlich gerade denken mich also gil 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 weder die frau noch die zuschauer selbst meine hunde schauen nicht nur mit mit dem arsch an von der ps4 will ich nicht reden das mischstück ja ich will nicht sagen dass twitch einfach ist gerade weil im letzten jahr der boom ja so hoch war mit jeder will stümer werden wo ich finde dieses ich werde jetzt partner finde ich lachhaft ist es einfach da ist der weg nicht zu weit acht mich das eigentlich gar nicht so ich war schon völlig überfordert als ich die 600 zuschauer hatte das hat mir schon gelangt und dass man hier einen tag stehen weiter nehmen ja dankeschön es wurde gerade echt eng aber ist genau so dass wir hier unten sind ich habe gerade mit uns nur am spülen da holte ich noch ein paar punkte punkte ja ist auch gut er nickt mir sogar zu dass ich mich hielen soll aber ja die punkte haben damit ich lachen kann jetzt muss ich die generatoren spiel mit ja dann hau mich doch einmal du sollst sehen die du hat den jahr nichts ganz machen damit du auch noch punkte bekommst ich bin damit ich mache keine rolltor das ist ein netter kinder weiß genau dass er die runde jetzt gewinnt sobald du den generatoren fachst kann sein dass er dich dann auch hier töten tut ja da kannst du doch durch die luke ich kann es auch wenig kapacken der sieht auch dass ich mega noob bin ich will ja da will ja dass wir punkte kriegen oder es ist einer der karte der zugucken tut das wäre aber nein was wäre das für ein zufall ich weiß er wird die runde ja gewinnen lässt uns die punkte holen noch für den generatoren aber das habe ich am anfang auch gemacht viel mit selbstgesprächen und so jetzt würde ich manchmal gerne selbstgespräche tun und alles dort dass manchmal auch nicht so witzig Ich soll dir mithelfen. Hau ab da. Das ist mein Generator. Tausend Punkte bekommen, ja. Das solltest du ja auch machen eigentlich vor uns. Hast du deswegen Stand da? Ja. Ich seh manchmal das Zeug da und was auftaucht. Hör auf dich immer raus zu gehen. Du spielst das Spiel schon länger als ich. Jetzt sollen wir zu ihm kommen? Er wartet bis wir hinterher laufen, alter was ist das denn? Er will das wir ein paar Punkte haben. Ja. Achso. Er soll übrigens einen Generator machen. Ah, es ist zu früh. Egal. Da bekommt er noch ein paar Punkte. Ob wir auch noch wieder dürfen? Das war so gütig. Wenn was? Fliehen dürfen. Hm. Das wird sich gleich entscheiden. Er bleibt ja auch bei uns, ne? So ist ja nicht. Ja, weil er sich töten könnte jetzt. Warte, er besorgt nur noch Punkte. Ja, ja, genau. Du sollst die Palette genau bei ihm auf die Liga füße schmeißen. Ja, ja. Habe ich schon gemacht gerade. Ja, cool, ey. Ha! So was macht aber Spaß, die Runde. Ja, das ist ja witzig. Naja, eigentlich nicht, ne? Es ist ja keine Herausforderung, ne? Ja. Wir hätten die Runde ja eh verloren. Du warst schon am Haken. Wir wären da unten tot gewesen. Er lässt uns wirklich fliehen. Mach. Mach du auf. Mach du auf. Du brauchst mehr Punkte als ich. Nee, warte. Ja, wollte ich gerade sagen. Er macht dir da nochmal Punkte. Nee, ich soll zum zweiten Ausgang. Ja, sag ich ja. Moin, Sonic Boomer. Ha! Crazy Palmer. Das kann man aber auch umdrehen, wie man will, ne? Wurste fliehen, oder? Ich dachte, ich geh zurück. Ich dachte, ich geh zurück. Oder kommst du dazu? Die Luke soll ich gehen. Ich glaube, du sollst fliehen. Ja, gleich sehen, wenn er mich haut, oder nicht? Nee, der sagt, ich soll doch stetig scannen. Geiler Killer, der uns sagt, was wir machen sollen. Hm, hm. Ich verfolge mal. Ja, wo seid ihr denn? Ich suche euch auch schon die ganze Zeit. Wir kommen gerade wieder zurück. Wo bist du? Ja, weiß ich auch nicht. Ich stehe hier vorm Haus. Ich höre ihn auch. Ach, da. Was? Was ist denn der Dark Evil? Oh, Scheiße. wenn er 10 tut welche stufe ich bin das war lustig ich bin level 15 auf den mund gefallen bist du auf an sich oho wir haben eine prominenz in meinem stream warum drei mal darfst du an weißt du echt nicht da kommst du nicht drauf weil ich noch mal viele zu also du hast warten bis ich dich hoch alle ja was hätte ich sonst nicht selber katja ist da so wie geht es denn katja alles gut du hast jetzt natürlich gerade total das erfüllt was du was gesagt hat weil du hast gesagt wenn du hast jetzt angst irgendwie vor ihm und du geht gar nicht mehr in sein stream wenn du es mal so sehen ich habe weiners beleuchtung auch hier nur wir seid ihr jetzt beide tut schon die ganze zeit das macht damit auch absicht mache ich auch immer so wenn ich irgendeine viel ich würde jetzt lachen wenn das katja wäre das wäre so das wäre das wäre der oberbrunner die katja hat die ganze zeit drinnen und so zu ärgern oder damit helfen dass wir punkte kriegen ich finde wir hören jetzt auch gleich auf weil das ist blöd gegenüber du kannst fliehen wenn du willst du bist genau stand genau und lebt die haben eine komplette kamera runtergerissen gerade to die mensch was machst du denn alter ist nicht dein fucking ernst du bist ja letztlich schon lang gelaufen was machst du denn tudi du musst überall rumrennen in letzter zeit ne alter du hast ein vogel was machst du mein gott oma meine arme kamera reicht wie ist das kleben wie ist denn der katja ich war die erste sie gesehen hat aber es liegt auch wahrscheinlich daran dass ich den stream noch mal starten musste weil das spiel irgendwie sich aufgehängt hatte ach ich hab dir mal einen daumen ich hab dir mal ein ja positiv ist ja typen war klar dass du den jetzt demnächst wenn du als farm typ nimmst ja gold maus danke gold maus hat geschrieben ja braver hund sorgt wenigstens für action ich kann ja nicht verführt dass du mein paket noch nicht erhalten hast wo ist taifun eigentlich heute abend der sollte ich vergnügen also wo statt also dann der doktor finde ich aber auch nicht so toll also wir gerade wegen diesen schock dinge ich lade euch gleich ein ja einen moment ich muss ja auch noch mal alles freischalten was los tut die ach so aha du stalks jetzt auf zuschauer oder so wie turas ja klar ich gucke nicht im stream in meine zuschauer liste wer da so alles bei mir drin ist ja ja das hätte ich jetzt auch gesagt immer die schuld auf andere schieben ne totti was ist denn los du kriegst nichts zu fressen ah ah totti wo ist schritten vielleicht hat er auch nur einfach den stream an ich möchte jetzt trotzdem mal eine weihnachtsdeko anmelden ob ich dann endlich mal die helflichkeits die ich extra vor euch gemacht hab hier was willst du ich hab extra weihnachtsdeko heute gemacht ich hab jetzt doch schon vorgeschalten glaube die heilung oder ich habe auf jeden fall wieder ein level übersprungen ja so ein farm kann man ja echt so mal machen aber nicht wenn man jetzt in der runde ist am spügel und spielen und ja weil das wird ja eintönig die ganze zeit das ist er denn für ein ängstlicher normen der knackert sich ja sogar schon an den fingernägeln die selbstheilung guck ich gerade so wie wann ich die bekomme ich geh jetzt mal auf botanisches wissen drauf vielleicht kriegst du dann irgendwann mal weil ohne dieses komische dinge zu spielen ohne das was ich selbst halten kann schon ein bisschen blöd komm ich ne wie wollen wir das jetzt machen weißt du nicht katja möchtest du mitzocken kannst ja mal schreiben du hast halt nur schlechtes gewissen das klaar warum soll ich ein schlechtes gewissen haben Du hättest ja Angst, dass Katja nicht wiederkommt. Warum? Ja, weil wir so schlecht sind. Warum wir so schlecht sind. Hier hängt alles aus dem Haken. Achso, du haust keine Spitzen aus. Also ich halte mich noch dezent zurück heute Abend. Mit Absicht. Noch. 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 Sorry. Aber dann kann ich das Video nachher wieder nicht hochladen. Das ist doch auch ätzend. Das Ding ist, du kannst es ja noch nicht mal runterladen, das Video. Das ist ja auch so ein Scheiß. Auf mein Streamchat lädt sich schon wieder neu. Ich habe die Nachricht jetzt nicht gelesen. Und dann bitte gleich nochmal schreiben. Was ist los, Missy? Du warst drei. Du warst drei. Du warst drei. Übertreib mal nicht. Ich wurde sogar noch zeitiger da. Also wer ist da? Ich habe erst hier 17.30 Uhr geguckt, wer da ist. Ja, du kamst sogar zu spät. Ja. Wieder eine Minute zu spät. Das ist gelogen. Das ist gelogen. Jetzt bitte schreiben mit meinem Stream. Mein Streamchat hat sich neu geladen. Alter, diese Low-Productions mir echt. Du hast auch diesen Bot drin geladen. Diesen Chatbot. Da kannst du es auch noch nicht auf dem Hamm. Von Streamlabs? Ja, also diesen Chatbot. Da sehe ich auch, falls ich mal bei Twitch das neu lernen tut, sehe ich es auch noch bei den zweiten noch. Wenn da bei mir jemanden schreibt. Oh, ich habe von Twitch schon gemerkt, ich habe schon ein Ei hier. Katja lässt heute ein Follow da. Ah, interessant, Katja. Oha. Hm. Es läuft bei dir. Ja, ich weiß schon mal, wer da Dings ist. Ja, die Sumner Thunder, ja. Aber es hat mir immer noch keiner gesagt, was das von Killer. Ah, Crazy Karma weiß ich noch nicht, wann ich mir rettet die Welt. Katja, hattest du jetzt geschrieben, ob du jetzt irgendwie mitmachen wolltest oder nicht? Norman ist aber auch heute ruhige Fraktion, ne? Das hier sieht aber heute auch irgendwie nicht viel. So komisch. Du meinst, weil ich dich heute nicht disse? Möchtest du was? Nee. So, das ist allgemein. Du willst also echt schwimmig. Ich bin mir runter, aber ich bin kaputt. Ich habe halt nichts mehr zu sagen, Thoras. Okay, hier gehe ich mal nicht hin. Die ist auf dem Weg, ne? Das hat halt dann den Dings ja gut. Man kann die von Weitem schon sehr gut hören. Wer ist die denn? Die Hasenfrau. Das hat mir immer noch keiner gesagt, was das für ein Killer ist. Ich kenne den Killer. Kann mir doch keiner sagen. Kannst du dir das... Wer hinkt denn? Wer hinkt denn? Wer hinkt denn? Das ist... Das ist... Das ist hier... Die Hasenfrau. Kannst du dir so nach unten ziehen, ne? Da verbrauchst du nichts zu... Be... 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 Bezahlen dafür. Nein, ich meinte, aus welchem Film der Killer ist. Achso. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ist jemand auf dem... Ja... Ja... Der hinkt denn. Achso, Norman hinkt. Okay. Soll ich irgendwas machen, oder? Weil schon wieder jemand hängt? Achso. Kämpfen. Er kämpft nicht mal. Ach, Norman. Ist egal, ich war da, ich hatte da doch ne... Das... 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 Nein, ich hätte doch mit der... Taschen... Lilla... 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 Blinden können. Da haben wir eine kurze Zeit Zeit zum Fliegen. Zum Fliegen. Thuras ist ne linke Sau, was das betrifft. Scheiße, ich... Ich hole sie natürlich auch genau zu mir, ne? Jetzt guckt sie, wo ich bin. Ich seh dich, aber du mich nicht. Was ist denn los mit mir, meine Brüder? Ich fahre sowieso, ne? Das ist ja nichts neu. Ich fahre sowieso. Ich war mit dir dann... Den... G-g-g-g-g-g-g-g-g-g! Gerade ich habe hier geschlagen. Hm. Oh, du läufst bei mir noch nicht so gut. Tu was, Mensch. Ich hab halt nicht mal einen guten Tag, offen wie. Wie konnte das nicht so gut, Thomas? Der Stress ist wegen dir. Ja, das ist klar. Du machst einen Druck darauf, das ist weg. Oh, siehst du, guck mal. Du wieder echt. Du musst mal Druck ablassen, dann hast du keinen Druck mehr. Was sie natürlich müssen. Aber schlecht ist sie. Was denn? Du bringst nur schlechter. Ich hab nicht jeden Tag Sex, damit er ein bisschen Druck ablässt. Nicht immer den Dödel durch den Fleischwolf drehen. So hab ich das ja gar nicht gemeint. Es tut doch weh. War der jetzt fertig? Ja, ne? Ah ja. Okay. Wie sehr mir dran vorbeiläuft. Boah. Ich hab Glück gedrückt gehabt. Meine Güte, ich kriege gar nichts gebacken. Ja, Patrick. Das macht er jetzt doch mit Absicht, dass er hier kommt, ja? Zu mir. Zu mir. Jetzt kommt er wieder zurück. Alter. Könnt ihr nicht in eurem Kriegsspiel? Jetzt weißt du dich mal... Jetzt weißt du dich mal... Weißt du dich... Wie ich mich überfühle, wenn du zu mir kommst. Was? Ich war da nur mit Buche Absicht, damit die Stütten tut. Ja, Gott sei Dank hat er es auch nicht aufgesehen. Weil zu mir geht er nicht mehr. Heute ist auch irgendwie nicht mein Tag im Spiel. Du ein, ein Team-Mate, ey. Sagst du dir jetzt? Komm, geht das Spiel los. Kommt jetzt mit dem Keller zu Mücke ran. Oh, fuck. Oh, Messie wieder, ey. Dass wir den verarschen. Messie, ey. Ach, da sind Tote. Mal kurz das Tote machen. Die Taschenlampe, wo warten die noch mal überhaupt? Da hinten irgendwo. Bei dir. Ja. Ich komm gleich schon noch schnell die links außen raus. Wo war denn die Truhe mit der Dings hat? Ah, das ist ein Camper, ey. Ich such grad die Truhe, wo die Dings drin war. Ich krieg dich an meinen Generator nennen, ey. Heute ist auch nicht so meins. Sonst richte die Generator nochmal schnell hin. Aber heute... Ja, jetzt kann ich sie ja grad in Ruhe machen, ne? Genau. Wie dieser E-Carbon tut. Was tut? Alter, ich komm nicht einmal hin. Ich komm nicht einmal hin. Leute, ich komm nicht einmal hin. Alter, ich geh nicht einmal hin. äh Thuras ich bin hinten beim Ausgang wenn ich dich heilen soll die ist noch gerade bei mir dann der die sucht mich gerade so das große mitten in der mitte so ein gelb und groß ich brauche eine suchkarte wo eine truhe ist kann die dinger schmeißen aber wenn die das ding schmeißt die axt und die schrift jesse du bist du also du bist auch schwer vielleicht oder wenn ich mach du den nächsten generator damit wir fliegen können das ist ein bisschen schwierig weil die hier gerade am camp ist ich brauche eine truhe wecken zum hallen du bist bei dir in der Nähe sein Thuras naja danke kommt auf euch zu ich weiß ach wirklich Thuras da will ich euch nur helfen ich werde jetzt nichts mehr sagen oder sowas ich habe doch gerade in dem Moment wo sie weggerannt ist äh Missy abgehangen dann weiß ich doch dass sie welche Richtung sie laufen ist hallo brauchst du Heal kann ich dich heilen komm mal zu mir heilen komm mal zu mir heilen komm mal zärtlich zu mir bitte ich hau gleich drauf ja richtig strecke die unter Danke ja gibt's nur noch den einen generator da wo du eben gerade gehangen hast ja wollte ich gerade sagen sie kämpft hier gerade bei dem anderen generator die sind hier die beiden wenn irgendeiner von euch den großen traktor oder was es auch mal ist jeden holt geht mal bitte dahin hatte ich doch eben grad ne wegen ihr mich zum heilen damit ich auch kalt bin also dann nehme ich die mal mit die kommt kommt weg ja ich idiot und ich bin irgendwo gelaufen und dann hat es mich natürlich gekriegt also ich erwarte jetzt dass mit sie mich hier holt also was von ich bin lauf und ist so schnell ich weiß was ein general hat er müssen auch ganz hinten sein ich versuche schon den general zu machen aber sie hat mich gleich wenn sie nicht am haken bist du tot oder wie absagen sie schon nee nee das zweite mal jetzt ich muss dann kämpfen oder ja toll die ist genau bei mir ich kriege das hin der hund steht gerade vor der türe ich las gerade den hund raus nicht dass ich wieder nachlassen versehentlich weil die käme gerade bei mir ok dann machen wir den wenigstens du hast ja mal wenigstens geflohen und wir haben da die punkte kämpfe weiter da bleiben die bisschen noch mehr bei dir danke du arsch und ich kriege dann keine punkte oder was ich kriege einen krampf ja klar wir tun ja auch fliehen leider noch der bekloppt für den krieg generator also missy holt sie auch wie vom haken ja bitte missy ich kriege einen krampf im daumen gerade schnell ich kann nicht mehr ist ja noch schwer arbeiten du kannst sie holen mit sie du die hinten ich bin schon noch weg ich warte doch mal ich bin zu schüppst bereit komm rein tu die ich komm schnell komm sie kommt zurück oh alter sie hat aber geworfen uuuh schnell tu die komm rein ich kann nicht so schnell laufen ach tu die du bist ein banause das war's mit mir willkommen in der hülle die tasche lampe wo warten die überhaupt ich hab die auch irgendwo schon gefunden gehabt aber noch nicht mitgenommen crazy paar mal wir reden morgen dann ne danke dir auch einen schönen abend auf jeden fall so boah erschreckt mich nicht so weiter komm her 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 nochmal sag ich jetzt nichts du kannst bei welchen generat ein bisschen du mit sie kämpft in der ecke ja hatte ich eben gerade so beiläufig gesehen wie sie du alter camper ich gehe da unten zu zu den links ganz machen ich bin hier oben wo das riesen gerät ist aber ich kann da nicht hin weil die weiter jedes material von ist dann vorbei also bist du auch für und der und der riesen gerätig alle unten mit der holt euch allen für nach da rennt jetzt hier hin wo die schweine hängen der ist gerade bei touras ja genau aber versagen also bis doch hier unten also bis doch unten und shoppen bei der maschine das unten bei mir direkt wieder hoch zum zu diesen schweiner hoch unten und oben meint und so bei mir ist unten keller also du sagst du bist da wo du dich schon hängen das sei hinten ich bin bei der maschine ich hab gesagt der typ ist bei den schreien ne der typ war aber eben gerade nicht bei den schweinen ich wollte gerade sagen da war bei mir da war von über diesen geräten ich war jetzt hier hinten da wo ich gerade bin jetzt ist turas bei den schweinen oder er ist ein schwein das wissen wir noch nicht so ganz wenn man da drauf tritt als killer dann muss man den generator wieder neu machen oder da geht hat sich da unten ja turas verkackt das ding jetzt nicht wenn sie schon am kämpfen wie immer du befriedigst dich doch gerade nur selbst ich sehe das doch ja missi entscheide ich rechts oder links lang gehen ich habe gerade mein sicher links dafür geopfert fürs leben da steht das helft aber es gibt ja wohl noch einen anderen ausgang oder oder sucht doch die luke missi ich hab die luke schon ach so ich weiß wo die luke ist und warum bleibst du denn da die geht ja erst auch wenn ich hier der letzte bin oder nicht naja aber ich bin auch nicht da weil ich wollte mir jetzt noch fix die trophäne die trophäe rücken weil ich die ja noch nicht habe hm lange warten müssen sie für die trophäe ach geht da einfach durch man das war schon links oben der bomb gewesen ich denke mal da er wird mich jetzt nicht vom haken holen damit er die trophäe kriegen tut aber wenn das macht es hole ich ihn nie wieder vom haken jetzt muss man das genau überlegen guck mal was für eine erpressung schon wäre so eine insgeheime warum wie ihr da von einer luke warten tut sieht das aus wie eine luke weißt du jetzt das wissen ich sehe da nur dieses gelben schlicht da hinten ja wir sehen nur das ich draufgehe hier ist die luke das musst du wissen was du machst mir egal was du machst dann verkacken sie noch das spiel auf den letzten rest er wird er jetzt sowieso kämen sie kämpft nur so ganz ruhig nur zu tun soll dann der luke und jetzt und jetzt also ich will das essen bestellen aber wenn das essen da ist schicken wir was ab ich will auch ein paar pommes das ist echt so tu was ja gold maus viel spaß beim fortnetzen weil fürs kämpfen bekommst du ja bekommst du jede du dich ja du doch noch punkte ja gut das kennen wir auch schon als frauen taktik ist nichts neues die misse ich nicht vom haken holt aber was für eine frechheit so ist ja lass ich gar nicht erst darauf ein kämpfen ist er auch zum 16 punkt immer bekommen miss sie verpiste ich doch mal nur jetzt Oh, Alter, er stirbt noch auf den letzten Hals. Ich wusste es. Das war es mit ihm. Oh Mann, oh Scheiße. Da hast du jetzt gerade noch mal Glück gehabt. Da hast du echt noch mal Glück gehabt gerade. Hättest du mal viel früher sterben können, Turas. Danke. Nö. Wir haben ja das nicht geändert. Warum? Bist du jetzt noch nicht geflundet, was? Doch, okay. Ich müsste normal fliehen, aber ich konnte ihn nicht durch die Lupe, solange wie du ihn nicht durch bist. Ich war doch gerade tot, dass er durch die Lupe gehen konnte, weil es gerade aufgegangen ist. Ja, gerade wurde gestorben, das Vorhaber nicht. Ja, aber da war er aber schon da. Tja. Tja, guck mal, siehst du. Das ist eine pure Frechheit. Ja, ja. So, eine pure Frechheit ist mich am Haken, genau. Das ist typisch, Turas. Jetzt ist es wieder so rum, ne? Ja, genau. Warum so rum? Frauen ändern auch immer ständig ihre Meinung. Ei, ei, ei. Wo ist das Ei? Jetzt kommt er gleich mit dir, sie lad du mal ein. Ich weiß genau, dass du dazu nicht hier fisch bist, das zu machen. Ich weiß immer nicht. Dein Wissen, dein Wissen ist nicht so sauer, du kannst das so verstehen. Genau, nur für die wesentlichen Dinge. Missy, lass ihm den Freiraum, er darf auch mal austeilen. Schau mal. Bevor ich wieder zum nächsten Gegenschlag nächsten Montag aushole. Wenn ich immer wieder fertig mache. Das battle dann. Turas versus Jesse. Ich hab' noch nicht mal angefangen. Ja, hast du letzten Montag auch gesagt. Warum? Ich wollte dann nicht, dass mein Video auch so wie ganz so machen, ne? Ich bin ja am Arsch. Ich will mal die Karte aus, ich will den Sumpf haben jetzt. Den Sumpf? Den Sumpf. Ach, nee, nee, nee. Nee, ich kann die Taschenlampe nehmen. Komm, mach, mach, mach. Na, Katja. Also, hat sie nur geschrieben, hat sie nur mal geschrieben, ob sie noch mal mit spielen möchte, oder? Katja, oder? Die hat Angst vor dir. Die hat Angst vor dir, genau. Auch vor mir. Ja, vor euch. Wieso? Schieb nicht mal die Schuld auf uns. Wenn nicht, kann ich ja... Die Jägerin war aber nicht gern zu gut. Ja. Wie, wie, die Jägerin? Die wir gerade hatten. Die wir gerade hatten, ja. Die hätte uns easy viel, viel vorhören können. Okay. Na ja, ganz so doll fand ich sie jetzt nicht. Da gab es schon mal bessere Kinder. Die ist, die ist auf einem Jahr so oft dran, ja, vorbeiget. Grunt. Kannst mal sehen, wie unsichtbar du bist. Ja, stimmt. Das, das war wirklich so genau. Wenn nicht, kann ich auch Platz machen. So nicht, ich denke. Ich war auf der Maschine drauf und die hatten mich die ganze Zeit dort oben nicht gesehen. Stand es so öffentlich. Also teilweise öffentlich. Habe ich noch mal durch, falls ich heute Abend. Das war nicht so schlimm. Taschenlampe haben die bei mir nicht mit. Ja, ich würde das mal ein bisschen ausprobieren. Ich fand das letzte Mal schon ganz cool mit der Taschenlampe. Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Taschenlampe? Klicken. Einfach auf den Boden löchten. Wenn die Hexe so eine Falle liegt, kannst du auf den Boden löchzen. Da gehen einfach von der Hexe die Dings weg. Die fallen. Ja, aber das muss ich schon drücken. Ja, ich kann das gar nicht so gut machen. Testen oder sagen, oder? Wie sagt ihr das immer, was für ein 31er? Also Katja sagt ja 31er, du dreckiger. Da, da Missy, was ist noch? Du weißt noch nicht mal, was 31er heißt, ne Missy? Richtig mal, Missy. Katja hat übrigens gar nicht geschrieben. Ach nee. Ja, auf den Turas kann man auch keine Angst haben, der ist nur zum Knuggeln, ne, Katja? Oder meinst du eher vor uns, ne? Denn Katja kommt nur ins Streamen wegen Tutti, ne? Oh, Alter. Tutti, weil die gerne die Kamera runter schmeißt. Ja, genau. Wenn nicht, kann ich auch gerne für die Katja Platz machen. Turas, du willst ja nur gehen. Nö. Ich bin halt solo, weil das ist mir egal. Hehehe, ist mir egal. Guck mal, zickig, wie die Frauen sind. Hast du in der Erdbeerwoche, oder was ist los bei dir? Das ist auch unfassbar. Ich dachte gerade, ein Leiche geht an mir vorbei. Aber als Überlebender, also als Killer war es echt gut, ne? Aber wir haben jetzt schon zwei Runden gehabt, wo du als Überlebender nicht so doll warst, Norman. Ich merke schon. Aber eigentlich sollte es doch umgedreht sein, oder nicht? Keine Ahnung, ist gut. Wir haben mich beobachtet. Ist das schon mal, dass ich so eine Tanne, ne? Nöchtens. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gesehen. Aber ich glaube nicht, dass sie ist, weil sie war vor uns dicht bei mir in der Nähe dran. Ja, sie ist bei mir auch gerade. Ah, nee, da ketten sie. Ich bin oben auf dem Pier. Bitte nicht oben auf dem Pier rennen. Also ich renne dann gleich mal zum Pier. Das warst du ja quasi neben mir, du. Ist hier da unten irgendein Eikrater rumlaufen? Nein, ich bin ja nach unten gerade. Das ist wohl jetzt. Ach so. Er kommt zu mir. Scheiße. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Katja hat geschrieben, dass bei dir alles leise ist. Tu was. Hat hier gerade nichts gebacken mit den Generatoren, ne? Hast du gehört? Was? Katja hat geschrieben, dass bei dir alles leise ist. Im Stream anscheinend. Wie leiser. Ja, leise. Was ihr damit meint, weiß ich nicht. Sie hat nur geschrieben. Leise. Von meinem Spiel oder von der Stimme? Ich nehme mal an, deine Stimme. Ich höre eigentlich so wie ganz normal, als nicht. Hast du es mal überprüft? Ich habe bei mir nur den Fernseher weiter runtergedreht vom Ton. Mhm. Keine Ahnung, nein, Katja. Ich kann aber auch den Ton ein bisschen höher vom Fernseher machen. Auf der Zähne habe ich jetzt gemacht. Also müsste das Spielsaal gleich wirklich wieder höher sein. Boah, ich kriege keinen Generator hin heute. Ey, das ist unfassbar. Ja, wirklich. Ich habe auch gerade so. Ich habe drei, vier Mal hier, dazu hier viel geschlafen. Wie schlecht. Heute ist ja auch wenig mein Brudertag für das Spiel. Ne, meine Ahnung. Na, wer hängt da rein? Missy, glaube ich, oder? Der Missy bleibt auch genau auf dem Flack liegen. Er ist halt auch irgendwo hier hinzukrabbeln. Liegst du Missy, oder was? Ja, ja. Ich bin vor dem weggekrabbelt. Da hat er mich nicht gefunden. Ach so. Ich habe so ein Sim im Ruhr, ey. Ich denke immer, dieser Killer ist noch dabei. Komm her. Aber hier, mein Danke. Scheiße. Komm, wir heilen uns gegen's. Wenigstens nur einer darf sich freuen. Auf dieser Mac kann man echt schwer sehen. Das hört man ruhig, wie denen das gefällt. Ja. Aber jetzt campt er da schon wieder um die Nase. Ach so. Ich spiele heute so, als ob ich spiele zum aller Smush-Spiel-Wörter. Da sieht man doch aus. So sieht man. Wenigstens konnte ich den so verarschen, dass er mich nicht mal verfolgen tut. Ja, es ist halt bei mir. Glaube ich. Nee, doch. Nee, er hat abgelassen. Jetzt kommt er zu mir oder in die Richtung. Er hat wohl nicht geschnallt, dass wir beide die Generatoren machen. Ah, jetzt kommt er wieder zurück. Uh, genau in meine Richtung. Und ich laufe ihn genau in seine Arme. Das passt ja wieder gut. Hast du wieder deinen Kuschelfiligen, oder was? Nee, ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht mehr verarschen habe. Oh, hier kann man gut im Snorlorn laufen. Das kommt genau zu mir, Grons. Das war jetzt so übelst überhaupt nicht mit Absicht. Boah, scheiße. Er hat mich trotzdem gekriegt, ey. Obwohl ich die Barriere geholfen habe. Ach, er holt mich natürlich. Ist ja okay. Aber der Kettensecker hat er eigentlich nur noch nicht so oft benutzt, ne? Nee. Vielleicht weiß er ja nicht, wie man damit spielt. Ich komme mit dem Kettentypen auch nicht so gut klar. Die anderen Killer liegen mir ein bisschen ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung, woran es hier liegen tut. Ich hatte nur noch nichts gebacken gekriegt. Ist jemand bei ihr in der Nähe? Jo. Ich bin Clubber. Nee, Norman hat mich gerade geholt. Ich heile mich selbst, Norman. Oder wolltest du mich heilen? Nee, er ist wieder da. Jo. Ist irgendwo bei mir gerade. Wenn sie das durch ihn haben. Warum kann ich euch jetzt permanent sehen? Du kannst nur sehen, die Leute, die verli-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li leuchten können ja wenn er auf zug an musste genau auf die ziel ziel damit sie haben mir vorbeigelaufen stand so offen die ganze zeit in meiner nähe da rennen wir die ganze zeit in kreis ich komme nicht dazu den generator bei uns oben in den haus ist eine da da noch wenn ich gerade kletter kletterball ich stande gerade und erst hat mir vorbeigelaufen er guckt aber nur noch bei den ganzen generatoren ich bin die ganze zeit hier umgelaufen du kämpfst wenn du kämpfen tust aber ich habe doch die ganze zeit glaube ich mich bewegt wenn du mal auf dem gleiche kopf kriegst du dann kopf auf den kopf und eine frappe über dann zwei rauben dann drei rauben ich bin ich jetzt ich bin ich jetzt hier vorbeigelaufen mir warum trifft ihn da dauerhaft ich dachte der kann auch diese dinge schmeißen aber was leckt denn das gerade bei mir so hardcore ach ach was ein zufall ja wenn es leckt tut ich das auch kippen ansonsten leckt es bei mir auch sonst nicht bei mir leckt das heute gar nicht komisch bei mir ist das heute auch wie gar nicht das spiel ich finde es gerade kein generatoren ich weiß warum weil du direkt im virus auf das video gelegt hast damit es nicht hochgeladen sein könnte ja ist schon verständlich aber da rede ich mein tag ja auch mal eine kiste mitten was zu wegen hafiken hallen wussten die jetzt ist da bei diesen bei diesem boot da oben wo wir gerade den generator völlig gemacht haben da war ich nämlich gerade durchsucht da wenn die ganze zeit in kreis na klar da habe ich ja da habe ich ja zu nix mehr da habe ich ja zu nix mehr doch gefunden ja gerade dann leuchtet er mir noch schön an damit er ihn zieht damit er mich sieht ja ich habe immer noch die scheiße was hast du bloß heute wieder gemacht ich habe noch ich habe dich aber noch gesehen ich habe dich aber noch gesehen ich habe noch nie genau hier aufgehangen ich bin direkt bei dir ich bin direkt bei mir bitte nicht hoch zum boot kommen ich mache den generator er holt mich jetzt fast ganz ich verpiss mich von dort Jessy, hau ab. Ne, ich geh gleich nochmal wieder hin, aber. Was hat denn gerade zwei, drei, zwei, drei Stück hintereinander gehabt? Das hat ja keinen Sinn, wenn wir beide da campen und der Typ da uns beinahe sieht. Profilgruppen. Ich bin gerade voll an ihm vorbeigelaufen, aber richtig. Direkt in die Fräse rein. Alter. Mehr ging nicht. Nicht so rennen. Nicht so rennen, du bist witzig, der ist hinter mir her. Ich bin der, der gerade hier ist, bei mir. Ja, Tourist, der Killer, irgendwie zum Glück, ja. Tourist, der ist unten. Genau, flieh erstmal, damit wir wenigstens, dass ich mal dieses Ziel hier siekomme. So, wenn gleich wieder da. So, ich muss schon wieder kämpfen. Was? Oh, für Gott sei Dank. Ja, moin. Noch dem sicher geht's nicht, ey. Ich bin ihn aber auch wirklich direkt reingelaufen. Krabbel zum Ausgang. Der hat mich gerade echt nicht gesehen, ey. Vielleicht hast du es noch zum Ausgang zum Krabbeln. Ja, ja, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ist ja der Hammer, ich bin gerade voll an ihm vorbeigekrochen. Level 19 ist der Typ. Nein. Klar. Ich hab's geschafft. Geil, ey. Wir haben Kriechen. Oh, da hat den hier Pirk drin gehabt. Was von Pirk? Irgendwie so... Oh, diesmal hab ich ordentlich Punkte bekommen. ...Klitzbohr. Nicht schlecht, ey. Das ist jetzt ja die 16.000. Läuft. Ja, das war echt viel. Ich weiß gar nicht warum. Warum hab ich so Fiesingen? So, wir haben nicht gemacht, bestimmt. Ich hab doch geheilt und alles. Wir hatten auch noch einen Krabbeln da drin gehabt, damit wir mehr Blutpunkt kriegen, wenn wir vom Haken holen oder die Generator machen und sowas. Oh, jetzt bin ich blöderweise schon rausgegangen. Ich hab den hier nur noch nicht frei, damit ich mich selbst halten kann. Noch eine Runde, oder? Ja. Na, sicher. Noch ist nicht neun. Du willst die Kader zum Mitspielen, oder nicht? Sie hat nichts gesagt, nein. Der letzter Stand war, dass du leise bist. Mehr hat sie nicht geschrieben. Ja, die wird bestimmt mit ihren Brüdern zu tun haben. Ich glaub auch. Die hat bestimmt früh Party bei sich zu Hause, ne? Norman ist schon wieder total ruhig. Hä? Wie, hä? Schon eingeschlafen, okay. Er redet nicht gerne, gell? Ach, auf der Arbeit redet er auch nicht viel. So ist Norman. Ich hab den zu sehr geärgert. Norman? Nee. Würde ich nie tun. Nö, niemals. Komm gleich, Tutti. Moment. Ich hab schon gesehen, dass du vor der Tür stehst. Ich komm. Mal wieder. Zum hundertsten Mal heute Abend. Das ist nicht schlecht, das schaff ich ja noch nicht mal. Wollen wir mal sagen, also Tutti sorgt dafür, dass man Sport hat, ne? So, geh raus. Nee. Geh Pipi machen, du standst eben grad vor der Tür. Hopp. Jetzt willst du nicht, oder was? Hopp, hopp. Willst du mich verarschen? Hopp, geh mal. Sie will bloß, dass du ständig vor der Tür stehst. Oh, ich glaub, ich verwiese von innen. Oh, Alter. Ey, das ist echt schlimm im Moment. Komm rein jetzt. Du bist doof. Zuerst hockst du vor der Tür und jetzt willst du noch nicht raus. Das ist bestimmt kalt. Nee, es ist nass. Das stört sie eher, glaub ich. Bei uns ist es total warm, ey. Also hier auch 8 Grad, das ist schon wieder Sommerfeeling. Na, bei uns waren es, glaub ich, 13 oder 12 Grad, ey. Wir sind den ganzen Tag nur mit dem T-Shirt rumgegangen, ey. Jetzt schreibst du ihn gerne, Katja. Jetzt wolltest du doch mitspielen? Wir können ja noch Platz warten. Wir müssen ja noch warten. Also, was nun? Er will nur Norman rausschmeißen. Ich verstehe. Warum denn, ey? Weil wir hören ja auch bald aufs. Ja, ich höre immer um 9 Uhr auf, Norman, wegen ins Bett gehen. Also, wie nun? Okay. Nächstem Montag wieder. Musst du mal den Kinder spielen. Nochmal. Das war ja lustig. Ja, Patek, was machst du denn immer? Dass du weg bist. Ja, danke. Ja, tschau. Tschüss. Wir riechen uns später. Achso, Patek. Von woher kamst du nochmal, Patek? Weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, hätte ich irgendwie vielleicht unterliegt. Was ist die Tore? Hallo. Hallo, Katja. Die Katja ist hier noch da. Siehst du, ich wollte gerade sagen, wenn du so sprichst, Katja, dann geht bei Missy gleich die... Ne, das sag ich jetzt nicht. Gehen die Väter mit mir durch. Wie geht die Hose auf? Ja, wollte ich gerade schon fast sagen. Nein. Gut, aber ich lüge. Du hast den Torst nicht erreichbar. Mach nur mal. Ey, ich bin auch schon seit anderthalb Jahren, jetzt schon, äh, ne? Ja, aber du warst bestimmt nicht enthaltsam. Ne, aber halt da nicht. Genau. Wenn ich mal kurz mal neu auf... Ich hab nicht mir, äh, Hand angelegt, aber ich war immer friedlich. Was? Das hältst du nicht aus. Da schwör ich drauf. Ne, das glaubt ihr kein Schwein. Glaubt, oder? Ne, das kauf dir im Leben nicht ab. Ah, das ist schon für zwölf. Oh, der wird's jetzt aber richtig hartbar. Ach stimmt, Katja. Nicht rot werden? Weswegen? Tuti, was machst du da? Wir knochen dich im Bett, falls du irgendwie suchst. Ich lache nur nebenbei. Nicht auf mich hören. Ach, Paddy, ne, müsste ich nicht so, dass er da irgendwie ein Blatt vormund nimmt. Vor allem, wenn er wieder ein, zwei Bierchen getrunken hat. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab nicht gesagt heute. Ich hab nicht gesagt heute. Noch nicht. Das kommt noch. Noch nicht. Sag meine Meinung frei raus. Also ich bin da nicht so verschlossen wie andere Menschen. Ja, ne? Entschuldigung. Gerade wenn der Missy Poppiegelschmerzen hat. Warum entschuldigst du dich, Katja? Weil ich sowas nicht sagen kann. Was meinst du? Ihr habt gesagt, nein, ich bin derjenige, der die Meinung frei raus sagt. Ich bin so eine, die sowas nicht machen kann. Achso. Da muss man sich doch nicht entschuldigen. Das ist jeder für sich selbst verantwortlich. Da brauchst du dich nicht entschuldigen. Hier, deswegen glaube ich, dass Missy erst recht nicht. Ja, genau. Was hast du bei Menschen, die ich nicht machen? Da sag ich mir die Meinung. Was hast du, Jessie? Ne, ich hab grad Paddick geantwortet, auf dich bezogen. Ja, und das wäre? Du onanierst jeden Tag. Dieses Wort ist mal so ekelhaft, ey. Ne, ich nehm jeden Tag ne Pampers an. Ich steck mir immer einen frischen Tampon in die Nase und riech da mal richtig kräftig dran. Oh, Missy, ey. Jetzt geht's los. Aber auch dafür gibt's nen Fetisch, das stimmt. Ne, 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 Apfelkohen hat Paddick gefehlt. Ne, ne, riechen an Klebstoff oder Feuerzeuge. Ich mach's mit, halt, solch'n Ding. Ja, da bist du ja bei Turas oft zu Besuch, ne? Sorry, der lag jetzt aber auf der Zunge, ey. Den konnte ich jetzt nicht zurückhalten. Das tut mir leid. Und Turas holt wieder die Voodoo-Puppe raus. Jetzt ist wieder der Stream vorbei. Ah, ja. Ne, wir teilen uns ein. Aber so wie letzte Woche hab ich schon lange nicht mehr gedacht, echt. Das war so lustig. Ach, ne, wir müssten alle näher zusammenwohnen, dann macht's mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob bei dir noch nicht so ganz. Wieso soll ich dann immer mit Tampons rüberwerfen, oder wie? Hier, Wissi. Heute war wieder ein Zücher für dich. Ich glaube einfach, das gibt's dann am Ende. Ey, komm, du bist Katja dahin, schümmelst du alles. Schümmel ist alles vorbei. Ich hab's mal wieder nötig, schieß mal was rüber. Plupp. Alter, ach. Das kann man nicht konzentrieren, der Kinder ist bei mir in der Nähe. Ach, komm, Ali, klabber halt, hier. Welke Kinder ist es denn? Feinsteller. Keine Ahnung. Feinsteller, ich liebe die Sachen. Ja, da ist bei mir in der Nähe. Na, dann stellt er die Fallen ja auf beim Generator, dann wissen wir ja schon Bescheid. Und Katja, wie war dein Tag heute so? Na, bis auf dass ich mal Leere angeschissen hab, denkst du? Was ist denn jetzt mit dir, Tos? Wie sauber. Also, ich war's wirklich. Die Gusele hat jetzt gefehlt, ey. Turas sagt gar nichts mehr. Turas? Warum klingelt das bei mir dann jetzt bestimmt ein Töten? Hat er sich jetzt gemutet, oder ist das mit Turas? Scheiße. Na, mag uns nicht mehr. Wieso, wir haben jetzt keinen Witz über ihn gemacht. Außer der eine kleine, ne. Darf ich wieder raus aus der Party? Das war abgeredet, das hab ich dir nicht. Leichtig, Turas. Turas, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Der macht bestimmt grad eine Schweigeminine. Im Gedenken. Ich bin nicht sauer. Wieso, Padik? Scheiße, verdammt. Was meinst du denn jetzt, Padik? Ich bin nicht sauer. Oh. Oh, Alter. Sag mal, wie kann man diesen scheiß Generator nicht hinkriegen? Ich seh das so ein Weiden. Ja, irgendjemand hat den Feinsteller zu mir gelockt. Na, ich nicht. Weil ich bin hier die ganze Zeit am Fan vom Generator. Und so eine Claudette. Ja, kann ja nur Missy sein, dann. Nee, ich hab jetzt meinen Generator fertig. Jetzt kommt er zu mir. Ja, von euch spät noch Claudette. Ja, ich. Aber ich war die ganze Zeit am Generator. Und der käme grad am Generator. Ich hätte meinen Generator fast geschafft. Na, ich hab ihn jetzt gleich fertig. Oh, da ist er wieder, der Toros. Du rasst. Keine Zeit. Keine Zeit. Wie, keine Zeit. Ach so, okay. Scheiße. Einmal nicht die Hand am Kontrolle. Ach, nein, nein. Ich hab mich schon gewundert, Padik. Die sind zum Zwitten mal an mir vorbeilaufen. Ist es Toros AFK oder? Scheiße. Aber damit wir die ganze Zeit schon, seit Anfang an, schon reden darf. Ach so. Man weiß doch, er holt sich erst die guten und dann die Nux. Soll ich Toros jetzt holen gehen oder wie? Was kommt drauf an? Äh, du da campen? Ich kann ja mal hingehen. Ja, nix sagen. Bin zwar weit entfernt, aber... Ja, danke. Ja, ich hör dich schreien. Trotzdem müssen wir ja den Toros befreien. Bei mir leckt das aber gerade wieder. Ja, bei mir nicht. Ach so, ihr habt schon... Oh, wozu renne ich überhaupt los? Also, warum verkuch' ich den immer? Ja. Er will ja nicht meine Hilfe. Er hält sich selber. So wie er nicht mehr mit uns reden tut. Wo ist denn der Killer überhaupt? Äh, bei dieser einen Hitze daneben. Der holt uns ja gar nicht. Ey. Ne, Tutti. Jetzt ist Feierabend, Mann. Ich stehe jetzt nicht schon wieder auf. Nein. So, noch mal fertig. Boah, das ging ja jetzt auch mal richtig, naja. Ja, das ist vielleicht so ein Killer-Betuch. Bei dem einen Ausgang steht der. Ich wollt grad sagen, wenn du die Toros dacht, vielleicht holt er uns jetzt, oder es ist ein super Noob. Ich hab hier noch mal ein paar Totems gefunden. Ich hab hier noch mal eine Faschenlampe gelegt, oder? Okay. Komm her. Ja, komm. Nö. Nö. Komm her. Oh, das tut. Ah ja, alles klar. Das war nicht mehr Lachen. Oh, das war nicht mehr Lachen. Oh, das war nicht mehr Lachen. Oh, das war es. Das war nicht Claire. Äh, ja. Alles klar, und ich lauf ihn natürlich voll reingelaufen. der stellt da wieder eine falle auf da wirst du bescheid die andere jetzt kämpft er natürlich hier ist klar so ein assi es ist wie zu blitzen was er jetzt gerade macht aber eh verloren ihr könnt auch rausgehen sonst ja wir maximal noch ein paar punkte rausholen damit er schüttet jetzt haut er ab egal wie egal ich kämpfe jetzt extra nein der habe ist egal jetzt kommt er wieder jetzt stellt er eine falle hier vorne aus das ist ja ein mega assi da kannst du vergessen dann kann ich ja gleich aufgeben ich 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 habe weiter gedrückt ich verstehe gar nicht warum ich jetzt tot bin hä ich habe weiterhin eine zeit abgenommen ach so da gibt es auch eine zeit das wusste ich nicht ja da sind eine lebensbalken und der läuft dann ab ja 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 naja gut ok das kann sein dass ich das nicht sehe wegen das sehen die anderen doch ja ne der kamera meine ich jetzt verstehe ich jetzt aber trotzdem nicht so ganz ist das eigentlich der typ mit wenn du die falle äh zerstörst keine ahnung ja wir haben doch mal den da kommt da kommt da kommt weiß ich gar nicht boah das sieht er was soll das überhaupt darstellen Padek hat gefragt ob es eine spinne darstellt das ding das einen tötet am haken ja das sind spinnbeiner das sind keine spinnbeiner doch das haben sie von der spinnbeiner ich habe ich gleich eine erste hilfe camping set ich glaube die luke schon ja für uns gefunden glaubt ich bin schon wieder rausgegangen ich idiot ich wollte aber noch diesen hier aufmachen und dann noch ein paar punkte krieger eine letzte runde mache ich noch wenn auch nicht untergehen ich hole mit dabei aber was zu trinken ja level 13 schon geworden klopf klopf wer ist da ich ich du das war jetzt aber echt schlecht aber sowas von da wohnt neben die jahre sein lieblings geben sich gegenseitig immer konnte wird sich jemand hier vielleicht bist du ja auch das summe im ohr auch geht das schon wieder los komm her komm her komm her ist es katja hat ja komm her ob wir was ich noch eine einladung noch eine denn er meinte rosten ja parik habe ich schon gesehen dankeschön komm her was wolltest du mir damit du hast komm her wie sie vor allen dingen der hat sich das letzte mal den hintern abgelegt und hat dabei gefürzt genauso wie man so sagt ja so das geschirr wie soll ich mir den hintern ablenken das geht doch gar nicht da wird auch wenn du biegsam bist dann ja du machst es vor ich mache es nach du musst mich reinheben ich bin da nicht so interessiert dran meinen arsch abzuwägen generell muss mir da keiner dran rumlecken sag mal was ist denn das so ein gehorchen in der grunde das ist bei katholik ich habe die jägerin gerade gehört ja das ist ein geräusch in der grunde ähm ist bei euch der bildschirm auch seltsam oder ist es nur bei mir bei mir ist es wahrscheinlich nur bei dir weil bevor wir jetzt hier reingebohrtet sind wurdest du rausgenommen irgendwie das macht das mit absicht was mach es irgendwelche geräusche welche geräusche denn ich habe gerade noch nichts ich weiß nicht was du geräusche meinst ich glaube ich renne heute abend noch armer wenn du das heißt er wehnen mit den tampons in der luft das ist das russische geteilt hat es doch einmal gesagt oder nicht ne kannst du kannst du sagen aus welchen horrorfilm diese killer ist ne das weiß ich selbst nicht ich habe es mehrere malen versucht zu filmen aber ich weiß es selbst nicht Missy, wenn du untergehst, hier spielst du den Jäger und bei den Charakter, da kommt dann so ein Text. Patek, das ist unterschiedlich. Bei Katja sagen wir mal kein Alter, aber Missy ist steinalt und Thoros ist noch älter. Missy war glaube ich irgendwas mit 30 oder? 31. Und Thoros weiß ich gar nicht mehr, der ist so alt. Thoros ist ein paar Tage jünger als ich. Ja genau, ich dachte er wäre 29, aber ich bin die älteste hier, wie immer. Ich habe am zweiten, der Thoros hat am 20. Ich habe nicht am 20. Oder am 22. Das ist doch egal. Hat der nicht am 19.? Nee gar nicht, er hat das doch gesagt, wenn er Geburtstag hat. Äh, Kati? Ist gerade nicht da. Ich wollte mal fragen, ob es dieses Lied auch bei Youtube gibt, dass man das mal nachverfolgen kann. Ja. Ja, bestimmt. Steht mir das gar nicht mal anhören sollen. Ja? Ich habe sogar dieses Lied eingeließe gegeben. Ein Daumen hoch. Ja, wie heißen das Lied? Oder was? Äh, das heißt ja, der Hundhorst Lula Baby, ja, Song. Was? Jetzt müssen wir Nadens mal schreiben. Ich rief mir das mal. Man könnte ja mal russisches Gute Nacht Lied hören. Ich kann auch jetzt bei euch immer wieder links das schicken, das Streamen schicken. Ich glaube, der Killer, der ist nach draußen geflogen oder irgendeiner? Oder ich? Ja, die Kati ist, glaube ich, rausgeflogen. Das hatte ich vorhin gesehen, ja. Alter. Das macht ja mit Absicht, ey. Ich gehe diese Nacht nur amok hier. Das ist ja, wir wissen, was jetzt sehe ich, der Jesse hat gerade darüber gelacht, also... Nee, über das Gesinge im Hintergrund, wer singt denn da? Ist das Katja oder was? Die kann jetzt nicht im Hintergrund gehen. Keine Ahnung. Jesse, ich gucke mir dein Video morgen nochmal an, also... Ich weiß gleich, wievon ihr redet jetzt gerade, aber bei mir redet es gerade überhaupt gar nicht. Bei mir macht es Dauerladen gerade, weil wahrscheinlich hat sich das gerade alles aufgeheben, oder so? Ich wollte, wie es weitergeht, weil dann fliegt der Killer auch mal raus. Achso, ok. Ich habe jetzt das Spiel geschlossen. Oh. Ja gut, dann. Was? Das ist neu. Ich habe es jetzt gar nicht verstanden. Wenn ich das Spiel jetzt schließen muss, dann bin ich raus für heute, weil es schon 21 Uhr. Könnt ihr gerne... Ich schlurbe jetzt warten. Ich will jetzt auch klar werden, was anderes. Fallout. Das hast du schon 100 Mal erwähnt. Ok. Wie gesagt, das ist nicht. Also wenn das Team's Ende ist, spiele ich danach noch eine Runde Fallout. Wenn du es nicht bekommen hast. Ist Sven schon da, oder was? Ich weiß nicht, aber... Ich hab dir gerade... Ich hab dir gerade geschickt. Ich hab dir gerade geschickt. Ich hab dir gerade geschickt. Du hast vergessen zu sagen, wenn das Stream zu Ende ist, spielst du nicht. Oh, jetzt lädt das gerade. Jetzt lädt das aber massiv. Ok, dann ist der Jesse gerade rausgezogen. Ja. Jesse, ich schreib dir auch kurz... Das... 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 Krieg ich gleich dann an. Wenn ich fertig bin. Hab's. Was meinst du denn Paddyk? Ich... War ein bisschen halt zu spät da gewesen, Cari. schon wieder die jägerin gehört das tura singt im hintergrund wieso ich bin drin genau da sind sie nur noch zu dritt jetzt haben wir rausgehen oder was oder ich kann doch versuchen noch einzuspannen oder nicht und es gehen nicht, oder? Nein, nein, nein. Wie nein. Nein. Nein, nein, nein. Was? Scheiße, dieses Geräusch. Über die Karte. ich hab mich töten lassen der kettensägentyp ihr seid nur noch im spiel zu ihr zweit ich bin auch gerade nackt option im dreieck Thuras macht doch nur das Gedöde aus jetzt warum ich? ja weil wir wissen dass du es bist ne bin ich nicht warum soll ich denn irgendwas anhaben bei mir ich kann gar nicht meinen hier dies mitmachen und niemand ist hier hängt mich gerade auf ich glaube das war's doch heute verfolgt oder? ja ich glaube das war's also dann gehe ich auch jetzt mal 21 Uhr 4 das wird dann nur noch wieder später es tut mir leid ich werde jetzt das russische Gute-Nacht-Lied hören du musst ja dafür mal die du musst ja mal die Bilder mit angucken was soll ich machen wenn mein face viel schwarz ist und ich nichts machen kann kannst du ja mal resetten du stecker ziehen einfach ne nicht stecker ziehen jetzt gehts ja gut ich beende mal den stream leute wir sehen uns gerne wieder morgen zu fortnite ich bin raus für heute ich wünsche euch noch eine gute Nacht Gute Nacht Paddick viel Spaß noch beim zocken Jo, good night tschüss ach ist ja eh nur noch Paddick da ja roh der don